Hallo und herzlich willkommen im KRONE-AT Sportstudio mit dem Mann, der Beachvolleyball in Österreich zum ganz großen Hit gemacht hat. Hallo, Hannes Jagerhofer. Grüß dich. Einmal danke fürs Dasein. Gerne. Du hast im Sommer was vor, habe ich gehört. Eine Kleinigkeit. Wir bauen da seit 10.000 Mann Stadien hin und eine Riesenbaustelle mit dem ganzen Umfeld, mit der Trade Village, mit den Entertainment-Teilen, die wir da aufbauen und Beach Club und was da drauf was. Also sicherlich der größte Aufwand, den wir je betrieben haben, wenn es zum Thema Beachvolleyball geht. Und zwar auf der Wiener Donauinsel das Ganze. Ihr kennt sicher den Beach-Hit aus Klagenfurt. Legendär, sensationell die Stimmung. Ich kriege jetzt Gänsehaut. Ich habe mir vorher kurz das Intro-Video von euch angeschaut und habe gleich wieder Gänsehaut gekriegt, wenn man weiß, wie geil das dort ist. Erstmals auf der Donauinsel. Jetzt haben wir schon einmal kurz plaudert und du hast gesagt, die Vorfreude ist noch nicht so da, mehr die Angst. Ja, ich war gestern wieder dort und wenn man sich das anschaut, das sind andere Dimensionen. Es ist alles mal zwei. Es ist die größte Stadion mal zwei, es ist die Spieldauer mal zwei, es ist das Budget mal zwei. Es ist das ganze Umfeld. Also wir sind fast auf einen Kilometer, den wir uns dort aus in Klagenfurt haben, wahrscheinlich 200 Meter oder was gesamt oder 300 Meter. Und da kriegst du schon ein bisschen Nuckensausen. Also da denkst du schon, hui, hui, hui. Weil wir brauchen halt schönes Wetter, damit wir wirklich das genießen können. Aber ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich, was ich in der Stadt merke und Leute mir ansprechen, dass da viele hinkommen werden. Und weil wir ja wesentlich mehr noch bieten als der Beachvolleyball. Du kannst ja dort wirklich mit deiner Familie hingehen bei freiem Eintritt und hast da Gaude haben. Und kannst einfach das genießen, das Thema von Kletterwänden über hin, alles mögliche. E-Bike-Test-Parcours, Enduros, Elektro-Enduros. Eishockey kannst du spielen und ausprobieren, das neue Material. Und dann am Abend chillen, Musik, guter Sound, gutes Getränk, guten Cocktail in der Hand. Partys wird es auch geben am Anfang. Partys ohne Ende, jeden Tag hostet ein anderer Club eine Party in Wien. Da wird es schon schwierig sein, sich wahrscheinlich den Guide beim Guide auszukennen, wo man hingehen muss. Aber dann am Wochenende, am letzten, am Finalwochenende, am 4.5.6. haben wir die Wirtschaftsuniversität bekommen. Und danke der Frau Rektorin dafür. Ja, das freut uns sehr, um auch eine einzigartige Universität, die Wien hat, unseren ausländischen Gästen zu präsentieren. Also es ist zehn Tage ein brutales Programm. Ich sehe da im Hintergrund schon wieder das Video. Kriegt man echt Lust und Laune. Nicht nur auf die Fashion-Deutschen Beachvolleyballerinnen, sondern auf das coolste Turnier, das wir in Österreich haben. 28. Juli bis 6. August. Nix vornehmen, wenn ihr Urlaub gebucht habt, storniert ihr den sofort. Also in Wien wird es wirklich Party pur geben. Angst deswegen auch, hast du gesagt, weilst du halt nicht weißt, wie groß das Ganze wird. Du hast aber schon Response aus dem Ausland bereits bekommen. Da werden sehr viele Leute anreisen nach Wien. Ich glaube, dass man sicherlich außerhalb von Wien und Ausland eine 15.000 bis 20.000 Menschen haben, die herkommen werden, die allein können theoretisch eine Anlage füllen. Aber jetzt hat man doch in Wien über 20 Jahre aufgrund eurer Aktivitäten, der Aktivitäten von Ö3 und so weiter vom Thema Beachvolleyball gehört. Und deshalb glaube ich, dass das schon, wenn es einmal auch in der Millionenmetropole quasi auf der Donauinsel, mitten im Zentrum anzusehen ist, dass viele Wiener und Wienerinnen, und da freue ich mich darauf, die Chance nutzen, mit ihren Familien einmal dort hinzugehen und einmal ihnen zu zeigen, was Beachvolleyball ist. Und ich kann auch sagen, wir haben gerade das Turnier in Kroatien gehabt, in Boric. Meine Tochter ist 4,5 und die ist, glaube ich, habe ich von der Tribüne nicht mehr runterbekommen. Das ist ein richtiger Beachfreak geworden. Nein, es macht Spaß. Es ist eine Energie, die man, glaube ich, noch nie erlebt hat. Man kann sich nicht vorstellen, was 10.000 Leute für Energie produzieren werden. Wenn ich mir überlege, allein in Klangfurt, wo 6.000 Menschen sind, da zerre ich dann noch das ganze Jahr, weil die einfach Gänsehaut, da habe ich stundenlang und tagelang und wir freuen uns wahnsinnig. Boric ist ein gutes Stichwort. In Klangfurt gibt es das Turnier heuer erstmals nicht. Ich persönlich habe das geliebt dort und habe ein bisschen Angst, dass sich die Klangfurt ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten hat, wenn ich mir Boric heuer angeschaut habe. Ich meine, das ist so nah zu Österreich, man ist direkt am Meer, hat eine Riesenparty dort gehabt, die Österreicher haben super gespielt. Ist das die Gefahr, dass wir das Klangfurt-Turnier vielleicht verlieren? Nein, es waren sicherlich meiner Meinung nach ein paar Tausend Österreicher unten und sehr viele Kärntner. Überall in den Lokalen war es dann Kärntner der Leckkart. Die haben es sehr genossen und das war in Boric, das ist halt schon stimmig dort. Das sind die Sidecarts extrem stimmig, die Blava Laguna, wo es in seiner Naturarena sitzt. Der Centercart mit Nightmatches, wo wir bis um 12 in der Nacht spielen dürfen. Und die Stimmung bei Nightmatch mit diesem animierten Licht und so, das war schon ganz was Spezielles. Und dann auch die Partyzone direkt vorm Stadion. Man muss sich da vorstellen, wir sind mitten in der Stadt. Das heißt, die Altstadt ist ein Steinwurf weg und hinten sind die Häuser, die Hotels, ein Steinwurf weg. Und du kannst bis vier in der Früh ohne Dezibel-Limitierung Gas geben. Und um vier Uhr wollten wir aufhören und dann ist der Bürgermeister plötzlich neben uns gestanden und gesagt, Sperrstunde ist verlängert auf fünf Uhr. Und ich habe ihn dann am nächsten Tag getroffen und gesagt, bitte, wie viele Anrufe haben Sie heute noch bekommen? Mir war es echt unangenehm. Die Leute müssen schlafen. Und er hat gesagt, keiner ist kein Einzinger. Das heißt, das ist irgendeine andere Mentalität, eine andere Einstellung. Oder er hat ja in der Abtrete gehabt. Naja, ich wollte es eigentlich wissen, am nächsten Tag in der Nacht, da habe ich mir schon gedacht, dass nicht viel passieren wird. Und ich glaube, das ist eine andere Mentalität. In Felden habe ich gehört von unseren Kollegen, die die Fettplansch machen. Da geht nur mit den Dezibel-MS-Geräten, mit Herunglern, Lärm wird definiert oder Lautstärke definiert, wo du das Kratzen der Schuhe im Asphalt beim Tanzen lauter heißt als die Musik. Also das ist schon ein Wahnsinn. Da hat Boris schon ein riesiges Potenzial. Aber was mit Klangfurt passiert, kann man jetzt wahrscheinlich auch noch nicht absehen. Jetzt machen wir mal Wien, konzentrieren uns auf Wien, schauen wir, dass wir das Gescheite über die Bühne bringen, schauen wir, dass der Wettergott gnädig ist mit uns. Und wenn es dann wirklich, glaube ich, ein toller Erfolg wird, dann wird Wien wahrscheinlich uns nicht mehr gehen lassen. Oder ich hoffe es, beziehungsweise wir sind für alles offen. Wobei das Wetter gar nicht so entscheidend ist beim Beachvolleyball. Ich habe es ja selber auch schon oft genug miterlebt, solange es nicht blitzt und hagelt, ist das Stadion eigentlich knackevoll. Die ziehen sich alle Regenanzüge an und sitzen trotzdem da und feiern mit den Spielern. Die Musik ändert sich. Das heißt, anstatt von irgendwelchen Hits, die gesungen werden, singt das ganze Publikum und Raindrops keep falling on my head. Oder it's raining man. Wir haben Klangfurt einmal gehabt, drei Tage und einen Tag durchregen. Da hat es wirklich geschüttet. Aber das Stadion war voll bis zum letzten Platz. Die Leute haben ihre Bonchas an und genießen das genauso beim Regen. Geil. Ein paar Tage müssen wir noch warten. Dann geht es in Wien, wie gesagt, los. Nach einem kleinen Aufruf geht es hin. Es ist echt genial. Eintritt ist gratis, Hannes. Und die Party wird riesig auch, weil wir Clemens Doppler und Alex Horst haben, die durchaus Medaille entschlossen haben. Und noch einige andere junge Teams. Schon. Ja, das stimmt. Aber dem Clemens Doppler würde ich es besonders wünschen und dem Alex Horst, weil es wahrscheinlich ihre letzte WM sein wird. Und dir wünsche ich ein super Turnier, Hannes. Danke fürs Dasein bei uns. Und viel Kraft für die nächsten Wochen noch. Ich danke fürs Kommen, dass ich da sein durfte. Und ja, wir werden Gas geben. Also ich kann auch sagen, liebe Wiener, die jetzt den Beitrag sehen, kommt einfach, kommt mit der Familie hin, genießt die Donauinsel. Und wir werden dafür sorgen, dass ihr eine Gaudi habt. Danke und bis zum nächsten Mal. Baba. Baba.